Zu setzen sie ein, wenn nötig. Sie bleibt heute zu Hause. Sie brauchen deine Hilfe. Sie sind zu Besuch. Soll ich dir helfen? Sie sind in der WG zu dritt. Sie geht nach Hause. Er bat sie zu gehen. Mach die Tür zu. Gib es doch einfach zu. Sie bleiben bei ihm. Was hat sie dir zu sagen? Es ist fünf Minuten vor neun. Das musst du sehen. Er kam vor über einer Stunde. Er kam vor über einer Stunde. Er versuchte es zu tun. Muss man das so machen? Ist das nicht anders zu lösen? Das ist nicht mehr zu schaffen. Das wurde zu einem Problem. Gehen wir zu mir oder zu dir? Das hat nichts damit zu tun. Hör mir bitte zu. Kann man das nicht anders lösen? Was hat sie damit zu tun? Das ist zu spät für mich. Das ist zu spät für mich. Nichts damit zu tun? Was hat sie damit zu fühlen? Nichts ко Menschen. Ich sage dir noch nicht, ich aber nur noch eher vor, zu zweifeln. Vielen Dank.